So, angekommen sind wir. Bisschen zu spät. Der Kollege musste warten. Aber er sagt jetzt kein Problem. Auf euch wollte ich gerne, sagt er. Kein Problem. Der Burscher kommt ja sonst auch mal zu spät. Genau, außerdem genau richtig. Er hat sonst keine Freundin, außerdem müssen wir auf ihn auch immer warten. Ja. Schon ein paar Mal gewesen jetzt. Ja. Komisch, ich war immer vor euch da. Nee, was war denn jetzt mein Haar? Punkt, Punkt, Punkt. Da mussten wir sogar schon vorfahren, weil er nicht gekommen ist. Hat er wieder vergessen. So was verdrängt er gerne. So was verdrängt er. So, was haben wir denn für Themen heute? Haben wir Themen? Ich wüsste jetzt nichts. Ich bin so äußerst zufrieden hier. Wirklich. Beste, was es gibt. Beste Investition. DJI Action 3. Beste Investition. Ich mag dieses Dingens nicht, Alter. Aber du hast Spielereien, ne? Das ist cool, ne? Und wenn man fahren kann, ne? Deswegen habt ihr ja nur die. Genau, richtig. Du wolltest ja nur mal wieder ein Verhütterli benutzen, weil sonst darfst du es ja nicht benutzen. Ja, genau. So, bis gleich. Auf die drei. Shimano. Low budget Shimano kaufen. Keine Probleme. Es ist die vierte Tour jetzt. Die vierte Tour. Aber Sram, heilig. Ja, 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 ja. Ja, laber du mal. Ich brauche das nicht. Du brauchst Shimano. Ich kaufe für 80 Euro eine Kassette. Ha, 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 ha. Butteräufel, Alter. Bau im Baumarkt aber, ne? Ne. Das ist ja im Baumarkt. Für E-Bike optimiert. Hält 4000 Kilometer. Welche glaubst du da? Shimano. Baumarkt. Link light. Gut. Link, rechts, äh, rechts, links. Die Leute nicht tauchen. Doch. Absolut butterweiches Schalten. Sogar unter Last. Ja. Kette kostet 10er. Die neue Sram kostet 170. Da kaufe ich 17 Ketten für. Danke. Token. Aber ich wollte mich heute ausruhen. Ich schlafe so schlecht in letzter Zeit, ey. So Leute, hier sieht man einen richtigen Bosch-Fahrer. Das kann nur der Bosch, Alter. Ja, so. So fährt der Bosch die Berge hoch. Seht ihr das, die Ritze? Wir blenden es mal kurz ein. Der ist krass, Alter. Wirklich, ey. Die Person ist ECO Modus. ECO Modus. ECO. Wir fahren nur Turbo. Die haben Specialized. Ja, ihr seid ja auch Specialized. Ja, wir sind Specialized, wir beiden. Die Enduro-Vibes sind Specialized. Und die nächste KTM Freeride. Bald freeriden wir. Auch sehr schön. Dann sind die Enduro-Vibes richtige Enduro-Vibes. Dann sind die richtige Enduro-Vibes. KTM Elektro-Enduro. Back to the Roots oder was? Back to the Roots. Geil, Mann. Kann man hier schön hochknallen. Hier kann man schön hochknallen. Geil. Ja. Übrigens, wir haben unseren Personal Coach dabei. Komm, Paul, Coach. Hast du an? Drei, zwei, eins. Ja. Nein, drei. Danke, lieber Rudolfi. So, Sprünge. Spaß haben. Bis unten runter. Super. Sprünge gut. Kamera blind. Okay. Gucken wir. Geil, Mann. Oh, Double. Scheiße, jetzt so langsam. Warte mal, hat Edward gesagt? Was? Was hat er gerufen? Hier rein. Achso, hier? Christian, ich liebe dich. Ich liebe dich, Christian. Christian, mein Ort. Geile Sache. Ja, Mann. Mit Beschilderung soweit. Denkst du ein bisschen im Urlaub? Ich hab dir einen Hübschen gemacht. Das ist ein Magikas, Alter. Noch mehr. Ja. Das ist ein Magikas, Alter. Und? Geil, geil. Top secret trails. Gefällt mir. Wo ist es? Topic. Etui? In diesem Außending da. Da ist es, Jo. Junge, wir sind nicht kompatibel. Nee, ich verstehe deinen Deutsch nicht. Ich verstehe deinen Deutsch nicht, Alter. Die Entgutarbeit ist einfach aufgelöst. Wir sind einfach Marcel und Mitch, ey. Ja, richtig. Dumm und dümmer. Dumm und dümmer. Dick und doof. Da halte ich mich drauf, dass die Diskussion wer wer ist. Das ist windig. Mit den Vibes ist es schlimmer als mit drei Weibern zu Hause. Ist auch so, wir sind doch ein paar Ziegen. Guck mal, du bist ja ein richtiger Evoc-Fanboy hier. Das sieht aus, ey. Wie so eine... Evoc, Evoc. Und dann nur so ein kompulenter Typ hier. Mit so einem kleinen Damen-Rucksack auf dem Rucksack. Äh, Rücken. Ja, das sieht aus, ey. Da habe ich eine coole Investition getätet bei Ebay. Für 1,50€ so eine isolierte Tasche dafür. Wo du in die Trinkblase reintust. Weil das Scheißding ist ja so was von schnell warm geworden immer. Ja. Habe ich jetzt auch wieder abgegradet. Kann ich dir empfehlen. Isolierschlauch. Weil hier wird auch noch warm. Ja, haben wir normalerweise auch. Hast du gesehen? Weil wir morgen noch brandneu. So, der Christian, der will uns heute töten. In dem Wachland. Kommt auf der Kamera wieder nicht rüber. Nee. Fast 90 Grad. Und dann schön in die Matsche. Und hier unten ist eine schöne fette Kante. Ja, richtig. Ganz einen schönen Fliegflag machen. Und dann klatsche auf die Straße hier. Ich höre schon da oben ein paar Mountainbiker, ey. Wird schon gefeiert, der Trailer. Ja, richtig. Sieht auf. So, auf geht's. Abenteuer geht weiter. Oh, Kai, Kai. Danke, danke, danke. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Leute, guck mal rein. Warte, er muss doch noch mit seiner Kamera spielen. Einmal eine DJI Kaufe. Einmal DJI Action 3. Sie hat das Software-Update. Ich glaube, wir haben seitdem stimmt ihn. Siehst du? Gibt's hier bei dir nicht. Gibt's hier nicht. Da wird auch kein Update gemacht. Gut. Alles klar. Hier läuft ein. Ihr braucht ihr bis auf den ersten Weg doch eben falten. Da müssen wir umlenken. Auf den ersten Weg. Ja. Geil. Ja. Oh, das ist so dunkel. Da bin ich gar nicht mehr gewöhnt, im Dunkel zu fahren. Ja. Was ist denn da? Nix. Ich bin im Dunkel halt gar nicht mehr gewöhnt. Ja, Hammer. Du? Nee. Krass, ey. Das habe ich ja schon lange nicht mehr erlebt. Ich schlafe ein bisschen, Alter. Ich schlafe ein bisschen, Alter. Hast dich irgendwo eingehakt? Ja, aber siehst du? Die Vorderbremse sind viel gezogen jetzt. Alles klar? Ja, alles gut. Ich habe den Baum gelenkt, Alter. Bist du gegen den Baum geschnallt? Ja, aber ich habe den Baum ein bisschen touchiert und dann habe ich die Vorderbremse zu viel gezogen. Hast du gesehen, was passiert ist, Alter? Ja, ja. Habe ich schwächt nicht? Guck mal, gut gelandet hier, Alter. Aber ich sagte eins, wäre da jetzt so ein Flock gewesen. Ja. Aua. Na, hier, guck mal hier. Ich bin schon mal hier gelandet. Ich fahre nie ohne Elmo, Alter. Oh, du bist der Geiz, Alter. Die Vorderbremse sind brutal, Alter. Siehst du mal, einer hat zu viel gezogen, ey. Also was ich eher das Problem gerade habe, ist es viel zu dunkel hier, ey. Guck mal, meine Brille. Ja. Wird gar nicht heller, ne? Ne. Rade, ich erinnere mich an deine Tour letztes Mal bei dir gefahren sind. So dunkel hier? Ja, richtig. Das war auch ein Stück, genau. Boah, ist das ein geiler Trail. Ich habe doch gerade angedacht, Brasche. Da bist du doch auch geradeaus gefahren, ne? Da habe ich gerade angedacht, an den dunklen Waldtrailer. Ja, da bist du auch einer, der kurz gerade ausgeballert hat, ne? Das ist ja ein Markenzeichen. Ja, ja, richtig. Irgendwas muss ich ja auch können. Irgendwas musst du ja auch können. Geradeaus fahren kann ich. Ich sehe nichts, das ist ein Problem. Ja, warte, stopp. Guck mal hier. Der macht uns den ganzen Flow kaputt. Gleich sind wir den ganzen Trail runtergeklettert, statt runtergefahren. Wie seid ihr alle bereit jetzt? Ja. Alter, ist das geil. Geile Sache. Aber überall so Pflücke hier, ey. Alles tödlich. Jetzt ein bisschen Anspruch hier. Ja. Ja. Da ist ein bisschen Anspruch noch mit drin, ey. Geil. Ne, geil. Geil, 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 geil. Ha. Endlich. Junge, wir haben letztes Mal noch gedacht, wir müssten ja was anderes sehen, Alter. Wir müssten auch nicht mehr was anderes sehen. Ja, der geht jetzt hier auf das nächste Stückchen noch drauf. Da ist jetzt nur einer um die Kurve gefahren. Das ist hier. Hatte, hatte. Geil, geil, Alter. Komm. Komm. Das war's schon. Wie wein? Wo müssen wir hin? Da oben am Berg wieder. Also müssen wir da runter. Ne, der ist da hinten komplett. Der ist da unten drin dicht. Ja. Den sitzt du zwischendurch wieder ein bisschen am Bauen, aber da hinten siehst du ja alleine schon, dass der da erstmal reißen muss. Da ist ein Jump. Genau, da musst du bis hinter dir jetzt Querhölzchen. Oh, herrlich. Was ne geile Tour. Richtig geil. Rats, transfer, trades, transfer. Mit schöner Außen natürlich. Geil. Ja, mach's vor, der. Rats, veroings. Den Service für 100 machen lassen soll oder lieber? Dann lieber eine neue Sattelstücke machen. Vollgas, geradeaus oder einfach. Wir haben immer gesagt, hier gibt's bestimmt noch mehr, Alter. Guck mal, der lässt die Hälfte wieder aus. Ne, der lohnt sich nicht. Der fährt nur hier vorne hinten den Berg los. Hier oben waren es zwei schöne Sprünge. Da sind aber die Holze, die wurden komplett verpault. Der ist aber fahrbar. Der ist, komm, der hat das kleine Stück nimmer mitgekommen. Jetzt haben wir dich einmal, was stimmt, Hasi. Du kannst doch nicht ein Stück Trell weglassen. Das ist kein Trell. Müll. 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 Das wirst du selber entscheiden. Hier oben waren richtig geile drin, doch nicht in dem Loch. Ich wär auch gern mal wieder im Loch, ey. Sie holen. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Bring dich bitte nicht um, ja? Okay. Ist das ein geiles Stück. Ja, der ist total gekloppt, Alter. Branche war ich mit dir. Was ist das denn hier? Wutze! Oh hier ist nass Obwohl hier Sonnenseite ist. Oh hier ist Matsche Matschige Sonnenseite hier Oh ich wollte mich nicht einsauen Ah scheiße Fuck Oh ist doch scheiße Aber er hat was, ne? Ja klar Gut Ein bisschen Lähm noch, aber beim nächsten Mal geht dir was Weiter! Nein Obso er wollte hier auch weiter fahren Aber hier ist ja wieder ein Scheißstück wahrscheinlich für ihn hier Alter geile Matsch Neues Abenteuer heute Step up Richtig geil Ich hab auch den Boden gefilmt, guck mal Ja? Ja Ja Limboi! Jungen bist du bescheuert? Das obere Stück war voll geil Ja Siehste? Nächstes Mal wenn wir kommen Zeigst du uns alles Was der Scheiße findet, finden wir nämlich wieder geil Ja Ja 1099 Geht nicht weiter Ja? Bei mir verliert er Ich hab hier, guck mal, ich seh auf Null Ja Vielleicht kann mir einer was dazu sagen Das Ding besättet sich immer wieder hier Was sieht man das? Braucht einer noch zu saufen Gibt's wir hier? Oder was? Hier ist meine Quelle Hier ist meine Quelle Der muss aber auch auf der Natur Wo doch ein paar Meter Höhe in den Wachypüssen wo der Der bustet sich wieder Wir sind mal am schieben Am schieben Da kaut sich irgendwelche Drogen rein Hm, jetzt was da? 2, 3 Wie, wir fahren nur ein Ne, wir fahren nur 2 2 Weil das ist absolut flow anstrengend 3 2 2 1 Heute nur neue Sachen Gibt's noch Holz gekauft? Natürlich Ah Kenn ich eh nur Wo geht's lang? Juhu 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 Ah Junge geil ey Endlich mal was neues ey Kommt was mit? Nee Sei geil geil Juhu Ich fühl mich nicht mehr wohl auf dem Fahrrad alter Ich fühl mich überhaupt nicht mehr wohl ey Scheiße, die legen das voll kippelig ey Ich weiß was du meinst ey Du musst mit dem Lenker mal ein bisschen spielen Warum auf einmal? Dreh den mal zu dir ein bisschen Ja? Ich hab meinen ja auch Meiner war ja zu weit vorne Dann hab ich den ja nach hinten gedreht Und seitdem hab ich Ruhe Und hier drehen wir uns? Ja, ich bin mal ein bisschen zu dir drin Du bist ja einfach der allerbeste Thraddle Guide die es gibt ey Du bist besser als der Mitch Der Mitch ist auch schon gut aber Da kommt der Mitch nicht dran Da legst du echt noch ein Schäppchen drauf ey Das ist mein Bestes Der kriegt irgendwie eine Bremscheide Kann man das sein? Juhu, der war so steil Das kann mir gar nicht hoch Ich bin so getrifft Hast du das gesehen? So, ich hab jetzt 5 Mach nur ein bisschen, wenn man das So? Ja, nochmal erstmal 4,5 oder 4,9 Was? Juhu, wobei alle Bremsen stinken Also ich hab voll in der Bremse Für den Limbo jetzt aber noch gereicht Nice Leute, der fummelt schon wieder an seiner 2M Schaltung Ja, ja, ja Jetzt ist das Schaltauge krumm Komisch, dass er seit 6 Monaten Jede Woche was anderes hat Und ich hab einmal Auf Shimano gewechselt Und hab Ruhe Wo, was? Neue Kette jeden Monat Wolltest du mich verarschen? Ich hab nach 6 Monaten Das erste Mal die Kette gewechselt Ja Das ist schon die dritte jetzt hier Nee Schon 30 Euro weg Ja Was koste deine Kette? Die hält aber auch 5 Jahre Ja, meine auch Richtiger Richtiger Fanboy Richtiger Fanboy Mit Scheuklappen durchs Leben Ja, normal Das geht doch auf meinen Fans Und auf Stüchelein Ist das an? Ja Der kriegt jetzt links, rechts ein bisschen kurve 3, 2, 1 Guck mal, jump Und mittendrin kommt gleich ein Holzelement Da geht das schon von weiter weg Da kann man auch dran vorbeifahren Weil das ist so ein bisschen ein Schuss Richtung Mond Ja, dann gucken wir mal beim nächsten Mal Wir gucken uns erstmal alles an Anlieger Anlieger Jump and action Wo lang? Ah, hier Ein kleiner Hip Falsch! Cheater! Junge! Alter Ich hab mal einen kleinen Jumper hier unten Oh, ist der geil Ohle Ohle Guck mal Ohle Der ist was für dich hier Ja Du darfst nicht zu schnell eiern Sonst wirst du mich keine Ahnung wo Hat der ja mittlerweile mal ein paar Spuren Hat da auch mal einer gesprungen? Nee Also ganz ehrlich Ich bin nicht der Mega Jumper Aber die Landung ist scheiße Alter Da muss aber genau passender Timing Krass Woh Woh Oh, heute ist ein Glückstag Guten Abend Der kommt so flachig hier Die gehen mir auf den Sack was steht da? Achtung heute Schießbetrieb. 22.04. heute ist der... also der Trail finde ich richtig geil. Geil Junge, weißt du mit dem Trail? Bis jetzt alle geil! Jawoll, endlich mal wieder Steine! Geile Sache, Alter! Sehr geil, Alter, sehr geil! Mega, mega, geil Junge. Wenn du den kennst, kannst du den richtigen Fallen. Geil, geil, geil. Geil. Das wäre top normales. Geil. Bam. Sauber! Also ich bin jetzt schon befriedigt. Muss ich zugeben. Jetzt kommt nichts mehr, ne? Jetzt kommt, Alter, bei dir wahrscheinlich schon Geld. Also jetzt vom Auto. Nein, 39% noch. Den kennen wir. Es war auch schön Sprünge drin, ne? Genau. Drei, zwei, eins! Hallo. 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 Ja, Shimano. Was willst du erwarten, Alter? Oh, Alter! Jetzt macht er! Oh! Ja, Junge, du hast nicht gesehen, was der gemacht hat! Der bremst nicht her, aber aus! Boah, wenn der Mitch einen Sprung sieht, Alter! Das geht gar nicht! Ich weiß doch nicht, was dahinter ist. Warum? Das kennst du doch nicht! Nee, wusste ich nicht mehr. Die Anfänger. Meist mit Specializer. Warum steckt der denn da drin jetzt? Weil der da unten ist so weit nach links hinfahren. Ja, du bist doch verunfallt! Ich nicht! Du nicht! Ja, du nicht! Ja! Verunfall! Ah! Schaltung macht mir echt Kopfschmerzen mittlerweile, ey! Scheitz-Ram, Alter! Ja! Das geht ja nicht höher gemacht, Alter! Ja, weil mir die Gelenke weht, dann war ich ein Opa. Ich werde langsam Opa. Okay, Opa. Wir sind nicht mehr die Jüngsten! Ja, von mir! Aber wir haben trotzdem Spaß! Genau!